Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Putin will die gesamte Krise in der Ukraine militärisch lösen. Er hat nicht begriffen, dass die Probleme der Menschheit weder mit Soldaten noch mit Gewehren zu lösen sind. Ganz im Gegenteil. Auch die Probleme Russlands lassen sich so nicht lösen. Sein Denken und Handeln ist falsch und wird von uns deutlich verurteilt. Es ist aber dasselbe Denken, das im Westen vorherrschte und vorherrscht bei Jugoslawien, Afghanistan, dem Irak und Libyen. An die Stelle der Systemkonfrontation sind die Interessengegensätze der USA und Russlands getreten. Der Kalte Krieg ist beendet, aber solche Interessengegensätze können zu ganz ähnlichen Zügen führen. Die USA wollen mehr Einfluss gewinnen und vorhandenen verteidigen und Russland will mehr Einfluss gewinnen und vorhandenen verteidigen. Ich sage als Stichworte bei Russland nur Georgien, Syrien, Ukraine. Auch wenn man Putins Vorgehen verurteilt, muss man sehen, wie es zur gesamten Zuspitzung und Konfrontation kam. Und ich sage es Ihnen hier ganz deutlich. Alles, was NATO und EU falsch machen konnten, haben sie falsch gemacht. Ich beginne bei Gorbatschow im Jahre 1990. Er schlug vor, ein gemeinsames europäisches Haus, Auflösung der NATO und des Warschauer Vertrages und das Finden einer gemeinsamen Sicherheit mit Russland. Das hat die NATO ausgeschlagen. Sie hat gesagt, Warschauer Vertrag auflösen, okay, die NATO bleibt. Und aus dem Verteidigungsbündnis NATO wurde ein Interventionsbündnis gemacht. Der zweite Fehler bei der Herstellung der Deutschen Einheit erklärte der amerikanische Außenminister und unser damaliger Außenminister Genscher und anderer Außenminister gegenüber Gorbatschow, dass es keine Osterweiterung der NATO geben wird. Dieses Versprechen ist gebrochen worden. Es gab eine vehemente Ausweitung der NATO in Richtung Russland. Und der ehemalige US-Verteidigungsminister Robert Gates bezeichnete die eilfertige Aufnahme der osteuropäischen Staaten in die NATO als schweren Fehler und den Versuch des Westens, die Ukraine in die NATO einzuladen, als schwere Provokation. Nicht ich, der US-amerikanische Verteidigungsminister, der ehemalige, hat das erklärt. Dann kam drittens der Beschluss, Raketen in Polen und Tschechien zu stationieren. Die russische Regierung sagte, das tangiert unsere Sicherheitsinteressen. Wir möchten das nicht. Es hat den Westen überhaupt nicht interessiert. Es wurde dennoch gemacht. Und dann hat die NATO das Völkerrecht beim Jugoslawienkrieg mehrfach und schwer verletzt. Das räumt inzwischen auch der damalige Kanzler Schröder ein. Serbien hatte keinen anderen Staat angegriffen und es gab keinen Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Es wurde dennoch mit erstmaliger bundesdeutscher Beteiligung nach 1945 bombardiert. Und die Bewohnerinnen und Bewohner des Kosovo durften in einem Volksentscheid die Loslösung von Serbien beschließen. Ich habe damals die Völkerrechtsverletzung schwer kritisiert und Ihnen beim Kosovo gesagt, Sie öffnen eine Büchse der Pandora. Denn wenn das im Kosovo erlaubt ist, müssen Sie es auch in anderen Gegenden erlauben. Sie haben mich beschimpft. Sie haben es nicht ernst genommen. Und zwar, weil Sie glaubten, solche Sieger im Kalten Krieg zu sein, dass alle alten Maßstäbe für Sie nicht mehr gelten. Ich sage es Ihnen. Die Basken fragen, warum Sie keinen Volksentscheid machen dürfen, ob Sie zu Spanien gehören wollen oder nicht. Die Katalanen fragen, warum Sie keinen Volksentscheid machen dürfen, ob Sie zu Spanien gehören wollen oder nicht. Und natürlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Krim. Und durch Völkerrechtsverletzungen kann man über Gewohnheitsrecht auch neues Völkerrecht schaffen. Das wissen Sie. Ich bleibe aber der Meinung, dass die Abtrennung der Krim völkerrechtswidrig wäre. Genauso wie die Abtrennung des Kosovo völkerrechtswidrig war. Ich wusste aber, dass sich Putin auf den Kosovo berufen wird und er hat es auch getan. Und jetzt sagen Sie, Frau Bundeskanzlerin, die Situation ist doch eine völlig andere. Sie verkennen, ja, es kann ja schon sein, Sie verkennen, aber Völkerrechtsbruch ist Völkerrechtsbruch. Meine liebe Frau Roth, fragen Sie doch mal einen Richter, ob ein Diebstahl aus edlerem Motiv im Vergleich zu einem Diebstahl aus unedlerem Motiv kein Diebstahl ist. Er wird Ihnen sagen, es bleibt ein Diebstahl. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Herr Struck hat damals erklärt, die Bundesrepublik muss ihre Sicherheit am Hindukusch verteidigen. Nun erklärt Herr Putin, Russland muss seine Sicherheit auf der Krim verteidigen. Deutschland hatte am Hindukusch übrigens keine Flotte und war auch wesentlich weiter entfernt. Trotzdem sage ich, beide Sätze waren bzw. sind falsch. Aber es bleibt auch Folgendes. Wenn viele Völkerrechtsverletzer dem Völkerrechtsverletzer Russland vorwerfen, das Völkerrecht zu verletzen, ist das nicht besonders wirksam und glaubwürdig. Das ist die Tatsache, mit der wir es zu tun haben. Obama sprach, wie Sie, Frau Bundeskanzlerin, von der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten. Aber diese beiden Prinzipien wurden in Serbien, im Irak, in Libyen verletzt. Der Westen meinte, das Völkerrecht verletzen zu können, weil der Kalte Krieg vorbei sei. Man hat die chinesischen und russischen Interessen grob unterschätzt. Sie haben Russland mit Jelzin, der auch häufig angetrunken war, überhaupt nicht mehr ernst genommen. Aber die Situation hat sich geändert. Sehr spät berufen Sie sich jetzt wieder auf die im Kalten Krieg entstandenen völkerrechtlichen Grundsätze. Ich bin sehr dafür, dass sie wieder gelten, aber dann für alle. Anders geht es nicht. Dann gab es das Gezerre zwischen der EU und Russland an der Ukraine. Beide dachten und handelten gleich. Barroso, der Kommissionschef der EU, hat gesagt, entweder Zollunion mit Russland oder Verträge mit uns. Er hat nicht gesagt beides, entweder oder. Und Putin hat gesagt, entweder Verträge mit der EU oder mit uns. Beide haben gleichermaßen alternativ gedacht und gehandelt. Das war ein verheerender Fehler von beiden Seiten. Kein einziger EU-Außenminister hat versucht, mit der russischen Regierung zu sprechen und die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Russland fürchtet doch, dass nach der EU die NATO in die Ukraine kommt. Es fühlt sich immer eingekreister. Aber es wurde nur an der Ukraine gezerrt. Die EU-NATO-Außenminister haben die Geschichte Russlands und der Ukraine völlig unberücksichtigt gelassen. Sie haben die Bedeutung der Krim für Russland nie verstanden. Und die ukrainische Gesellschaft ist tief gespalten. Auch das wurde nicht berücksichtigt. Diese tiefe Spaltung zeigte sich schon im Zweiten Weltkrieg. Und sie zeigt sich auch heute. Die Ostukraine tendiert in Richtung Russland. Die Westukraine tendiert in Richtung Westeuropa. Es gibt derzeit keine einzige politische Persönlichkeit in der Ukraine, die beide Teile der Gesellschaft repräsentieren könnte. Das ist eine traurige Wahrheit. Und dann gibt es noch den Europarat und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Die haben Sie schwer vernachlässigt, Frau Bundeskanzlerin, Herr Außenminister, in letzter Zeit. Die Gelder für die Organisation wurden immer gestrichen, weil sie meinten, sie sind nicht wichtig. Sie sind aber die einzigen europäischen Organisationen, in denen sowohl Russland als auch die Ukraine organisiert ist. Deshalb müssen wir diese Organisation wieder stärken und nicht über einen Ausschluss Russlands fasern, dass es völlig daneben ist. Auch finanziell stärken wird. Dann erlebten wir eine starke Zuspitzung auf dem Maidan. Dann erlebten wir Scharfschützen und viele Toten. Es gibt verschiedene Gerüchte. In solchen Situationen wird viel gelogen. Und deshalb schlagen wir eine internationale Untersuchungskommission vor. Wir und die Ukrainerinnen und Ukrainer vor allem haben ein Recht zu erfahren, was ist dort gelaufen, wer trägt dort welche Verantwortung. Und ich freue mich, dass Sie das, Frau Bundeskanzlerin, unterstützen. Auf dem Maidan gab es viele demokratische Kräfte, aber auch Faschisten. Der Westen machte direkt und indirekt mit. Und dann haben Außenminister Steinmeier, der französische und der polnische Außenminister mit Janukowitsch und der Opposition einen Vertrag geschlossen. Und jetzt sagen Sie, Herr Außenminister, Janukowitsch habe die Vereinbarung durch seine Flucht hinfällig gemacht. Das ist falsch. Die Menschen auf dem Maidan lehnten die Vereinbarung mit großer Mehrheit ab. Und Sie, Herr Außenminister, haben auch nicht auf den Platz geworben für diese Vereinbarung. Und erst nach der Ablehnung verließ dann Janukowitsch Kiew. Dann tagte das Parlament und wählte ihn mit 72,88 Prozent ab. Die Verfassung schreibt aber 75 Prozent vor. Nun sagt Herr Röttgen und andere, na ja, bei einer Revolution kann man nicht so genau auf die Verfassung achten, also ein paar Prozentchen mehr oder weniger. Kann man ja alles machen. Nur Putin beruft sich darauf und sagt, es gab nicht die verfassungsmäßige Mehrheit für die Abwahl. Und stützt sich deshalb auf Schreiben, die Janukowitsch ihm schreibt. Außerdem, bei der Abstimmung im Parlament standen lauter Bewaffnete rum, nicht besonders demokratisch. Und bei der Volksabstimmung auf der Krim kommenden Sonntag stehen auch lauter bewaffnete Soldaten rum, auch nicht besonders demokratisch. Und interessant ist, dass Sie, Frau Bundeskanzlerin, sagen, ein solcher Volksentscheid ist nach der ukrainischen Verfassung verboten. Wann gilt sie denn nun und wann nicht? Bei der Abwahl des Präsidenten gilt sie nicht. Und bei der Krim soll sie plötzlich gelten. Sie müssen schon wissen, akzeptieren Sie die ukrainische Verfassung als Ganzes oder nur in bestimmten Teilen, wenn es Ihnen gewogen ist. Das ist die Art, die ich kenne und die ich nicht mag. Dann wurde eine neue Regierung gebildet. Sofort anerkannt von Präsident Obama, auch von der EU, auch von der Bundesregierung. Frau Merkel, der Vizepremierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind Faschisten, der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Vergründungsmitglied der faschistischen Svoboda-Partei. Faschisten haben wichtige Posten und dominieren zum Beispiel den Sicherheitssektor. Und noch nie sind Faschisten freiwillig aus der Macht wieder ausgetreten, wenn sie einmal einen Teil davon erobert hatten. Und zumindest die Bundesregierung hätte hier eine Grenze ziehen müssen, schon aufgrund unserer Geschichte. Als Haiders FPÖ in die österreichische Regierung ging, gab es sogar Kontaktsperren und so. Und bei den Faschisten in der Ukraine machen wir nichts. Svoboda hat engste Kontakte zur NPD und zu anderen Naziparteien in Europa. Und der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnibok, hat folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt. Das müssen Sie sich anhören, was er wörtlich gesagt hat. Anführungsstriche. Schnappt euch die Gewehre. Bekämpft die Russensäuer, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Ich wiederhole. Dieser Mann hat gesagt, Anführungsstriche, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäuer, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Es gibt jetzt Übergriffe auf Jüdinnen und Juden und auf Linke. Und gegen all das sagen Sie nichts mit diesen Svoboda-Leuten. Reden Sie. Ich finde das einen Skandal. Ich muss Ihnen das ganz klar sagen. Jetzt wollen Sie, haben Sie ja auch angekündigt, Sanktionen machen, wenn es nicht anders ginge, wie Sie sagen. Aber die werden Putin nicht imponieren. Das spitzt doch die Situation nur zu. Kissinger hat recht. Der ehemalige Außenminister der USA. Er sagt, die Sanktionen sind nicht Ausdruck einer Strategie, sondern Ausdruck des Fehlens einer Strategie. Das gilt auch für die eskalierenden Militärflüge über Polen und die baltischen Republiken. Was soll das? Konten von Janukowitsch und seinen Anhängern sind gesperrt, weil es gestohlenes Staatsgeld ist. Meine Frage, das wussten Sie vorher nicht. Zweite Frage, warum eigentlich nur deren Konten? Was ist mit dem Milliardenvermögen der Oligarchen, die andere Kräfte unterstützen? Warum machen Sie dort nichts? Wie einseitig läuft das eigentlich alles? Es gibt nur den Weg der Diplomatie. Erstens. Der Westen muss die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands auf der Krim anerkennen. Wie das übrigens auch US-Außenminister Kerry erkannt hat. Es muss ein Status für die Krim gefunden werden, mit dem die Ukraine, Russland und wir leben können. Russland muss garantiert werden, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Zweitens. Die Perspektive der Ukraine liegt in einer Brückenfunktion zwischen EU und Russland. Drittens. Es muss in der Ukraine ein Prozess der Verständigung und Versöhnung zwischen Ost und West eingeleitet werden. Vielleicht über einen föderalen oder konföderalen Status, vielleicht auch über zwei Präsidenten. Was ich der EU und der NATO vorwerfe, bis heute ist kein Verhältnis zu Russland gesucht und gefunden worden. Das muss sich jetzt gründlich ändern. Sicherheit in Europa gibt es weder ohne noch gegen Russland, sondern nur mit Russland. Und wenn die Krise eines Tages überwunden ist, könnte ein Vorteil darin bestehen, dass das Völkerrecht endlich wieder von allen Seiten respektiert wird. Dankeschön. Applaus